so hallo und herzlich willkommen zu einem neuen vergemeinen kopf endergames ich bin skorpion geworden als skorpion vergiftet jeden feind den ich treffe und ja wie man sieht ist die runde nicht voll geworden es ist morgens 8 uhr in der woche ich bin gerade nach nachtschicht nach hause gekommen und braucht noch für heute eine folge deswegen nehme ich jetzt morgens um acht uhr auf ist halt so dann ist die runde halt mal nicht ganz voll so hier ist nichts drin und ist jetzt meine truhe nice wir wollen uns eben holz und sehen dann zu dass wir noch ein paar truhen kriegen und joa ist doch noch gar keine schlechte ausbeute soweit als skorpion wie gesagt jeden gegner den ich treffe vergifte ich für ein oder zwei sekunden ich glaube nicht viel länger und das hilft besonders viel wenn ich einen bogen habe und ein paar pfeile weil ich halt auch per pfeil gegner vergifte und das ist schon sehr sehr imbar ich habe außerdem eine grüne brustrüstung die mich ganz klar als skorpion kennzeichnet machen uns ein eisenschwert eine eisenschwert und dann sind wir nicht mehr ganz so offiziell ein skorpion drei sekunden haben wir noch und da vorne ist der erste gegner dankeschön so der hatte nicht wirklich viel 100 blöcke das ist gut enderpellen ist nice hier das kannst du wieder haben das schöne ist halt mir kann kaum jemand entkommen weil ich halt vergifte mit einem schlag und ich hätte gern noch die den speedblock dann geschönt weil ich werde gleich geportet und dann ist speed immer ganz gut weil man dann durch die gegend speeden kann so das zaubern brauche ich nicht weil ich wie gesagt gleich geportet werde die erschwert hatte der kollege auch nicht ich getötet habe ein paar hellspotions so das glaube ich gar nicht so dumm mein speed ist leider vorbei hatte ich nicht noch eine speed potion ja das war so nicht geplant gefällt ich gern wieder und so hey hey arschloch so ach jetzt habe ich seinen helm weggeworfen ich wurde noch nicht einmal geportet das ist ein bisschen seltsam aber egal ich habe mich richtig dumm angestellt aber auch das ist egal und ich habe meine kompasse weggeworfen das ist nicht ganz egal so wir sind am arsch der welt das ist gut diese konfus halt immer so ich mache mir kein dia schwert brauche ich nicht wir machen uns einen dia helm eisenschuhe gold hose das ist glaube ich das beste momentan was wir so an der crip haben können offensives crip kriegen wir schon noch ich glaube dran gucken wir mal dass wir irgendwie in die nähe der gegner kommen wieder ja es ist schon eine spannende runde bis jetzt kann ich schon so sagen du bist jetzt noch einmal geportet was ein bisschen komisch ist also bin das öfter gewohnt und ich wurde wieder geportet aber und werde von einem gegner irgendwo runter geschossen das ist nicht so nett nicht besonders fair dass ich nicht mal gesehen habe wo der gegner ist achso da vorne das schwein okay wir gehen wir gehen mal eben 42 blöcke wir gehen weiter hallo endermite so ich muss was essen jetzt das ist echt eins der wenigen male die fliehen musste weil mich das schwein echt gut gehittet hat im wahrsten Sinne des wortes das schwein es war ein chameleon wie es aussieht so kann ich mir was gutes craften nein okay 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 das ist sehr schön ich kann hier mal durchgehen ob er vielleicht was gutes hatte sieht aber nicht so aus okay sieht nicht so aus vorne ist ein Speedblock möchte ich den eigentlich ja ist ja immer noch ein Schwein wahrscheinlich schade nichts schönes so bist du das schaff nein das schaff bist du nice das war ein bisschen sehr einfach GG okay aber er sagt wenigstens GG okay das war doch mal eine lustige Runde ich habe mich sehr dumm angestellt zwischendurch wurde fast von einem Schwein getötet und habe gewonnen ich danke fürs zu sehen bis zum nächsten mal